Ich weiß immer noch nicht, was ein Iron Dumbbells ist. Vielleicht sollte ich das irgendwann mal googeln. Allerdings nicht jetzt. Speed up. Und ja, die heilen sich nicht. Oh fuck. Oh, Fischkopf. Das war ein Fischmensch, eindeutig. Ja, kommt jetzt vor. Jetzt will ich endlich doch die letzte Welle haben. Ich kann eh nichts in der Zeit machen. So, was? Peacone from Room 102. Von der Lava. Oh sweet. Sweetie sweet. Oh, cool. Das ist natürlich Paperboy. Das Mädchen ist ein Boy. Also, äh, äh, hier. Pini, oder wie du heißt. Ja, Peacone. Ich würde bei Pierschune Fischern aufpassen, was sie macht, weil... Ah, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wenn da, wenn die hier ein Paperboy ist. Ah, könnte ich doch besser sein. Oh mein Gott, er hat einen Albtraum. Das tut mir aber leid. Tosing and Turning. Wenn ich weiß, was Tossing ist, wäre ich richtig gut. Und Turning ist wahrscheinlich so herum. Turnt. Und Daydream. Ah, du machst auch nichts ordentliches, oder? Ripp'em. Immer wie heißt der doch. Threading over the dirty walls. Hey, du machst das sauber. Oh, du sollst auch mal so in die Raum 103 und 102 gehen. Und 101. Eating a Freezer. Ha, ha, mir. Geil. Er isst ein, äh, frostgebranntes, also frostbrannthabendes Essen. Geil. So, jetzt muss ich vorspulen. Eigentlich geht der mal raus. So, ich brauche immer noch Geld für, also was kostet eigentlich? Ähm, Defeat Gangbang, Leader before starting with Joss in the Ozenite, 1,5 Gold. Okay. Game Stats. Ah, da steht die Zeit. Schön. Oh, ja. Oh mein Gott. Cheap, 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 cheap. Chocobus. Genau das. Also, Chocobus. Das wollte ich mit denen hier. Das ist genauso. An dieses, das erinnern die mich. Jetzt ist mir gerade nicht eingefangen. Oh mein Gott. Zwei Gegner. Oh, jetzt bin ich, jetzt bin ich gefuckt. Jetzt bin ich richtig gefuckt. Das sage ich euch. Egal. Raus da. Angriff. Nein, fuck. Angriff. Und Doppelangriff. Du sollst angreifen, habe ich gesagt. Und wehe, du stirbst. Wehe, du stirbst. Ist ja nur ein Zauberer gewesen. Und BAM. Da haben meine Chocobus das geschafft. Quest completed. Wuhu. Das ist doch schön. So, haben die es jetzt wieder geheilt oder noch nicht? Ne, noch nicht. Ich frage mich, wann die sich heilen. Also, normalerweise ist es ja so, dass die sich heilen, wenn... Also, in jedem, in vielen Spielen ist es so, dass man sich heilt, wenn man schläft. Also, könnte es durchaus sein. Gimme Rack. Alter, ist kacke, wenn man nicht Englisch kann, wenn man ein Englisches Spiel spielt. Eigentlich klappt es nicht auf Japanisch. Das wäre die andere Möglichkeit gewesen. Egal. Ähm. Ich war jetzt auf 20. Ach, ne, wollte ich nicht. Iron Dump. Ne, egal. Erstmal gucken wir bei dem, was es bringt, wenn ich jetzt das hier rein stelle. Ob der sich da mehr... Ah, das erhöht auch das hier. Oder das ist einfach nur wegen 4 im Camp. Ich kann das geil im Song unterbringen, aber ich kriege das vom, ja, Inhalt nicht hin. Wahrscheinlich, wie es sich wohlfühlt. Das wäre das Logischste. Zumindest meiner Meinung nach. Und hier ist die Satisfaction-Team nicht weit unten. Also, gebe ich dem mal irgendwas Gutes, so wie das hier. Ich weiß, ich gebe gerade das ganze Geld aus, weil ich eigentlich sparen wollte, aber... Egal. Dreifacher Speed. Los. Erstmal warten, bis sie sich heilen. Falls sie sich überhaupt... Der heilt sich. Was collected today in Rant Room. Slate on Rant 1. Ey. So, ich bin mal... So. No cash for Rant. Das tut mir leid, ich gebe es zu. Ich bin ja jetzt nett. Richtig nett bin ich. Cheap. Gimme CD Player. Cheap. Du bist... Hinten. Mit deiner... Ja, du weißt schon. Und dann... Dann willst du... Dann verlangst du noch was von mir. Alter, bist du ganz so blabla. Will you lower rent to fit your tenants or drive them out? Ich habe es runtergesetzt. Obwohl, ein paar raushauen könnte ich auch. This room rocks und gimme portable radio. Oh, das habe ich gefunden. Portable radio hier. Gäbe ich dir gerne. Für dich doch gerne. Cheap, Cheap. Yeah, Cheap, Cheap. Und CD Player. Ne, du bist hinten mit deiner Rente für das Haus. Rente ist falsch. Wie heißt denn das auf Deutsch? Deiner Bezahlung. Fertig. Ich weiß auch nicht, was Iron Doubles sind. Tut mir leid. Vielleicht soll ich dich mal so überfliegen nach dem Wort. Irgendwo. Egal. Dann wirst du hier überhaupt nichts kriegen. Vielleicht habe ich es auch noch nicht freigeschaltet. Könnte durchaus auch sein. Und gimme Rack. Ich habe es so irgendwie hinter dem Kopf, dass das sowas sein kann. Da glaube ich nicht für den Geld. Ähm. Ach komm, scheiß drauf. Ich bin eh nur ein Fernkämpfer. Und ja doch, die heimlich. Das ist schön. So mit der Zeit ein bisschen nicht viel, aber ab und zu so ein bisschen. So, jetzt sind es eigentlich alle wieder, außer er hier wieder voll. Aber da der Innenfernkämpfer ist, soll das nicht allzu schlimm sein, wenn ich jetzt den nächsten Quiz nehme. Wanted Gangbang. Ich glaube, ich mache erstmal die hier. Das nehme ich hier eine Stufe höher. Also, auch wenn ich ein 1-2 hätte. Dann könnte ich dann nochmal anbauen. Das wäre auch cool, aber könnte ich mit denen hier glaube ich dann auch machen. Magic Lab. Witches from the nearby academy have decided to practice their magic on your billing. Thinking, it's evident. Egal. Ja, das machen wir. Also, äh, Hexen von nebenan. Oh, Chucky from Room 101. Sehr schön. Chucky, die Mörderpuppe, hat Frieden gefunden. Na, endlich. Ah. Ist das nicht schön. Wie schnell man hier verliebt sein kann. Ich meine, es tut mir leid, ja, du musst kämpfen. Aber die ist nur hier vorne an der Haussuche, eigentlich am Quest-Board, und verliebt sich in den, der hier hinten drin ist. Ist das nicht herzallerliebst? Oh, oh, oh. Chucky, die Mörderpuppe 2.0. Der hätte noch keinen Frieden gefunden haben. So, Angriff. Oh, fuck. Wenn die, ah, wenn die hervor sind, kann ich mir nicht raushauen. Das ist natürlich doof. Oh, nein, nein, nur zurück, 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 zurück. So, jetzt. Nein, komm zurück. Angriff. Bam. Fuck yeah. Teen Witch Club was destroyed. Ja, Teenager, Hexenclub. Die sind doch alle nur versaut. Wollen hier ein bisschen twirpen. Aber ansonsten, oh, da kommt schon wieder so ein geiler. Mit elf Angriffe, 60 Verteidigung. Das sind meine Chocobo's überhaupt nichts dagegen. Egal, ich machen wir mal wieder ein bisschen vor. Bis zum nächsten Angriff. Würde ich mal meinen, weil noch sind so ziemlich alle voll, bis aus die, bis aus die, die aus Raum 101. So, bis auf Chucky Mörderpuppe, die Frieden gefunden hat. Da, nächster Angriff. Cheep, 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 Cheep. Ja, das ist bestimmt eine Tonleiter, was sie hier anzeigt. So, wer kommt dieses Mal? Oh, 90 Gold. Today rent. Schön. Endlich. Oh, Hexe über Hexe über Hexe. Okay. Chucky bleibt diesmal fürs Erste drin. Jetzt kommt ihr da. Oh fuck, das war doof. Das war richtig doof. Hallo? Wieso schickst du deine Frau raus und kommst selber nicht? Geh zurück, renn rein, rette dich. Sehr schön. Fuck. Nein, 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 komm raus. Komm, wieso kommst du nicht raus? Hallo? Nein, fuck. Ah, okay. Die kommen dann auch wieder rein, sozusagen. Der ist nicht mal da. Oh, das geht so. So, Angriff. Für das, für den Sieg. So, du gehst zurück und du gehst auch zurück. Jetzt greifen die, die halbwegs, hoffentlich halbwegs voll sind an. Nein, verdammt. Nein, ist gerade jemand gestorben? Nein, selbstverständlich. Jetzt bist du endlich wieder da. Boah. So, du gehst nicht weg mit meinem Gold. Auf geht's. Piekt ihn zu Tode. Gut gemacht. Und so haben wir gleich noch einen freien Raum bekommen. Juhu. Fällt mir zwar ein bisschen leid für ihn, aber weiß eh was jetzt Geiles reinkommt. Ich glaube, wir sind noch nicht mal fertig. Next up ist Round 303. Okay. Als nächstes dann Runde 3 von 3. Puh, hoffen wir mal, dass wir das mit den Cheapies hier schaffen. Mit den Schokobos. Und... Ah, verdammt. Die Chucky, die Mörderpuppe. Dein Frieden ist soeben gegangen. Es tut mir leid. Und hier ist auch nochmal Frieden, der drin. Mit Peace, Connor. Na, egal. Und Piochun. Ja. Manfrau. Schön, dich hier wieder zu sein. Und er hat einen netten Traum. Ich wette, der kommt jetzt wieder rein. Das wäre einfach nur zu geil, wenn ich dann den gleichen wiederbekommen würde. Oh, ja. Funktioniert. Rein da. Jetzt bin ich wieder voll und hab die gleiche Aufstellung. So geil ist das nun auch wieder nicht. Doch, Mann. Egal. Spuren wir erstmal wieder ein bisschen vor. Wir haben schon wieder 302 Gold. Das muss man mal sagen. Und wir haben... Der ist jetzt wieder voll. Das ist gut. Und die hier auch. Und Warnung. Warnung. Ja, kommt sofort wieder zurück. Magic School Alight. Die Elite kommt. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wird's schwierig. Ein Rotmagier. No Yuka. Okay. Angriff. So. Zack. Zack. Ähm. Zurück. Ist besser so. Und Angriff. Du... Nein. Raus da. Ja. Und du kämpfst bitte auch mit. Gut. So, du darfst wieder zurück. Ich muss ja aufpassen, dass die ja alle irgendwie am Leben bleiben. Bin nicht schon wieder jemanden zu verlieren. Und ja. Jetzt ist schon gewonnen. Fuck this. Quest completed. Woohoo. Und 500 Gold. Schön. Ah. Ist das nicht schön. Okay. Gucken wir mal. Ähm. Gimme Jump Rope. Springseil. Das krieg ich hin. Aber das hab ich noch nicht frei, wie es aussieht. Das kommt wahrscheinlich irgendwann hier unten. Weil ich hab bisher noch nichts, wo das drin sein könnte. So wird's auch ein Spring sein. Boah. Und da wären diese Iron Dumpets könnten Eisenhanteln sein. Bei Dumpets hab ich glaub ich schon irgendwo schon mal gehört. Egal. Könnte sein, muss aber nicht. Und du hier. This room rocks. Splash. Coop, coop. Ich bin grad verrutscht. ganz sicher halten. ne. Ein Doppelbett für unsere zwei hier drin. Ähm. Ja. Dann kann ich auch gleich das hier noch ein bisschen hoch machen. Weil this room rocks, ne. Jetzt noch half bad. So. This room rocks. Ich weiß. Ich hab grad wieder mein ganzes Geld ausgegeben. Ich bin nicht gut da drin zu sparen. Ich geb's dir zu. Wir werden nie eine zweite Etage bekommen, wenn das so weitergeht. Also wir kriegen irgendwann 1.500. Als Bezahlung. Oh. Oh. Meine Fresse. Hatten die gerade Sex? Was für eine geile Veranstaltung. Entschuldigung davon. Im Herzen. Dadadadada. Das ist natürlich geil. Deswegen hab ich den Doppelbett geholt. Jetzt warten wir noch schnell 9 Monate. Und dann haben wir einen neuen Kämpfer hier drin. Ja. Ey. Ich hab gar keine Quests angenommen. Was soll das? Some Guild approaching. Also es kommen auch so random Gegner. Okay. Gut zu wissen. Hier ist drin. Ist drin. Ist drin. Und der jetzt auch gut. So. Ein Magier. Na komm. Das ist jetzt nicht so schwer. Auf geht's. Von hinten und von vorne Totgepeekt Und alle 8 Gold Pfff Das ist ein Nix Und sie sind noch nicht voll Okay, ich wollte jetzt bis die voll sind und dann nehme ich den nächsten Plast wieder an Aber halt wieder ein cooler Fuchs Man oh, auch so ein Fuchs Oh, die sind voll Dann Oh, äh, hier Gelb war doch auch irgendwas Ich habe nur das vergessen Was? Scheiße war irgendwas ne gelb war monster grün war items rot war wichtig okay dann machen wir einfach mal gelb steht doch da neue einrichtung ich bin so ein lang leitungs hören dealer of the east jetzt kriegen wir unseren stoff endlich da habe ich darauf gewartet die das ostens kommen ja na kam vorher noch schnell change glaube ich der doppelangriff geht ganz vorne hin und ihr wartet das ist doof das doof weil ja hier ist doppelbett drin ist das ist sinnlos wenn ich die da hinsetze aber ich will eigentlich alle rufen die gehen immer so davor dass ich den raum nicht aufmachen kann das eigentlich kacke muss ich mir noch was überlegen irgendwie egal jetzt kommt der dealer des ostens er bringt uns jetzt unseren stoff das ist schön so und hier ist nur einer drin na toll also die der des ostens ein bisschen reinfahren lassen angriff sagt von hinten und von vorne und dann kommt das nächste problem der dealer und so runde 1 von 1 hat jetzt geben wir meinen stoff 150 gold sehr schön und was noch extra ja da wird wieder gemacht versöhnung sex hat man sowas nach einem kampf mr stone statue mr stein wo seid ihr aus der des fetches ziemlich weit oben hier geht es auch hier ganz gut und ne der hier ne gimme crafting calculator wozu willst du irgendwas ausrechnen so ein calculator dachte ich dass das dafür ist höchstwahrscheinlich hier ne ah die internet what's that i don't know it so splash splash jetzt gehen wir auch nach oben this room rocks nein da so jetzt rock der raum wieder und jump rope kann ich noch nicht tut mir leid okay wenn du hier zu zweit drinne leben willst dann bezahlt kannst du bitte auch hier für dich mal damit sich nicht so viel so mir drei runter ne also ah this room rocks äh rockts immer noch ja immer noch rockt noch rockt noch rockt noch rockt noch rockt na jetzt nicht mehr okay so sehr schön und die machen schon alle die haben kein geld um das scheißhaus zu bezahlen aber für sex haben sie zeit immer wieder so typisch so verdammt typisch das geht es ja mal gar nicht ah ich brauch immer noch 1,5 und ich vergibs immer aus sobald ich ein bisschen geld hab heute ist doch kacke mann so ach jetzt sind sieben ich hau dich gleich runter aber mach ich nicht this monster crew stronger based on satisfaction okay monster crew stronger because of the weather ach weil so hoch ist es stärker geworden und wegen des wetters okay gut jetzt verstehe ich das auch ähm und ihr seid jetzt 11 rückstarter ich will ja nicht so sein fürs erste so solange ihr am kampf zu zweit kämpft ist das doch schön und non and brokers ist immer noch das schönste nicht zu machen aber erstmal treasure protection someone ne äh tschuldigung kenne ich nicht diese abkürzung do wells have carved wind that your apartment is packed with treasure raffle the rate okay irgendjemand hat darum erzählt dass das hier voll mit gold bepackt ist mein apartment und ja jetzt soll ich dem mal so die leviten lesen wenn ich das nicht verstanden habe ne okay äh es dauert muss lange bis die quest los geht dann steht hier ein mülleimer cool also rackteering club approaching jetzt mach ich mal das hier weil es geht leichter obwohl ne ich muss die auch wieder zurückschicken können wow okay runde eins wird reich doch sonst wär alles aber der hat ziemlich viel angriff muss man mal sagen ja so bin ich einfach mal so vorne hin oh mein gott eine falle und dann hier rein ja so sind meine zacktippen vor allem sind die meistens nicht da alter ich hab die hier drin weil die zu zweit sind und doppelte angriffspower wissen was sie da zusammen machen egal damit ihr doppelte angriffspower haben und immer wenn ein gegner kommt sind die irgendwo anders jetzt aber das glück nicht die rackteer team rocket ist aufgetaucht oh mein gott da so die kann ich gleich ausschicken mit dir da oh 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 na ok gut also der hier cheer ist echt cool wie dieser freezer burnt mir und die gehen animal lover und night watchmen nein ok na gut schon wieder jetzt dritte mal und dabei verlieren die leben ja die verlieren dabei leben ach klar ausdauer logisch dass der man da überhaupt noch kann ist komisch aber ok jetzt sind sie wenigstens da und haben nur noch die helft ihres lebens ok kommt die die ans gilt uns es geht so wer kam und hey irgendjemand noch nein nein stirb nicht alter der der ungeskilled dafür dass er ungeskilled ist ist der dieb aber ziemlich stark ne und 350 alter geht zurück nein nein stirb nicht bitte nicht scheiße komm raus und greif mit also greif an das ist doch ach zu scheiße nein ach du kacke alter der ist ja übelst stark 18 anker 10 verzeigungen und 10 magische verzeigungen quest failed man hier sind meine ganzen monster tot scheiße auch komm bitte 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 snada snada komm rat ne gut snada kriegen wir wieder ich finde dass du wieder da bist darfst reinkommen schön dann sammeln wir uns erstmal wieder ein paar leute an und ja du 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 siehst cool aus eggman von sonic extra hierher gekommen und der sieht aus wie ein fernkämpfer ne zwar falsch ich will den raum wechseln der geht dort hinten so ja du du darfst du auf jeden fall hard ribbon boah wir haben ein skelett geil jetzt geht's ab und splash eyes splash eyes okay cool das wortspiel ist cool splash eyes jetzt sind wir schon wieder voll das geht viel zu viel zu schnell hier